Der Wünsche, Sir. Ich bewundere gerade hier, Fass hier. Ja, das ist noch ein Fass, was? Ja, allerdings. Solche Fässer werden heute nicht mehr gemacht? Nein, nein. Sehen Sie, hier und hier. Das ist alles solide Handarbeit, sowas macht heute keiner mehr. Gilt ja für alles Maschinen. Ja, was mich interessiert, ist vor allem die Größe. Die Größe? Ja, groß ist es außerdem. Platz genug darin für einen ausgewachsenen Mann. Oder für eine Frau, je nach Bedarf. Ja, wirklich. Das ist ein schönes Fass. Und innen? Sehen Sie mal rein, hier. Schlagen Sie auf die Kiste. Danke. Na ja, das ist ja einwandfrei. Das will ich meinen. Ja, also, das wäre genau das Richtige. Wie, Sie möchten das Fass haben? Ja. Ich meine, kaufen? Ja. Ah, na ja. Wie viel soll es denn kosten? Das habe ich mir eigentlich noch nie überlegt. Das steht schon lange da. Das ist doch auch gleichgültig. Schicken Sie mal die Rechnung. Die Rechnung, gut. Rauf ins Haus zu den Quincy's. Sind Sie Mr. Quincy's? Nein, nein. Mein Name ist Cobb. Ich bin mit Miss Quincy verheiratet. Ach so, natürlich. Man sagt eben immer nur die Quincy's. Sie verstehen. Ja, ja, ja. Jedenfalls kriegen Sie da ein gutes Fass. Beste Qualität. Und für jeden Zweck geeignet. Na, das denke ich auch. Wir bringen es Ihnen heute Nachmittag, Mr. Quincy. Komm. Ach ja, richtig. Ja, Miss Quincy ist mit mir verheiratet. Miss Stella? Ja. Ah, natürlich. Ah, ja. Ich habe früher einen Laden gehabt. Ach, was? Ja, ein Laden ist was Schönes. Man darf ihn nur nicht zu groß werden lassen, sonst ist man geliefert. Aber ein kleiner Laden, ach, das ist was Schönes. Und was haben Sie denn verkauft? Fisch. Ah, ja? Ja. Ja, ich will eine Hütte bauen. Eine Hütte? Ja, ein kleines Gartenhaus. Ach so, ein Gartenhaus? Ja, das Fass müsste sich nett machen neben dem Gartenhaus. Aber sicher. Ja, also ich wusste doch, dass mir noch was einfallen würde. Und dann werden Sie wohl auch Bretter brauchen? Ja. Und Werkzeug? Haben Sie Werkzeug? Nein. Mit Werkzeug kann ich Sie ausrüsten und Bretter können Sie auch von mir haben. Auch Nägel? Auch Nägel, natürlich, alles was Sie brauchen. Am besten. Wir bringen es heute Nachmittag. Ja, ja, aber das Fass, das nehme ich gleich mit. Das große Ding da? Ja, es wird mir Spaß machen, es nach Hause zu rollen. Vor mir her. Also dann kommen wir mit den Brettern? Und dem Werkzeug und den Nägel. Ganz recht, Mr. Kopp. Richtig. Zu den Quincy's? Ja. Und die Rechnung? Die bringen Sie auch. Augenblick, ich helfe Ihnen beim Kippen. Ja. Da glauben Sie wirklich, Sie kommen zurecht. Oh ja, das geht schon. Also dann. Auf Wiedersehen, Mr. Skeleton. Auf Wiedersehen, Mr. Kopp. Stella! Wo bist du? Im Wohnzimmer, Clarissa. Was hat er denn da? Wer? Albert. Ich weiß nicht. Frag ihn doch mal. Albert? Ja, Stella. Was hast du denn da? Ein Fass. Ein Fass, sagt er. Aber was will er mit einem Fass? Was willst du mit einem Fass? Es ist ein Regenfass. Es ist ein Regenfass. Ein Regenfass? Wozu brauchen wir ein Regenfass? Albert wird es schon wissen. Dann frag ihn, wozu. Wozu brauchen wir ein Regenfass? Das ist für mein Gartenhaus. Welches Gartenhaus? Alberts Gartenhaus. Aber? Albert hat kein Gartenhaus. Frag ihn, für was für ein Gartenhaus? Für was für ein Gartenhaus? Für das, was ich baue. Das er baut. Er baut doch gar kein Gartenhaus. Er sagt, aber er baut eines. Frag ihn, wo? Albert. Wo, wo? Im Garten. Im Garten. Ich hab's gehört. Aber warum baut er ein Gartenhaus im Garten? Wahrscheinlich ist das der beste Platz für ein Gartenhaus. So. Hallo. Warum baust du ein Gartenhaus im Garten, Albert? Oh Gott, das wird sicher sehr hübsch aussehen. Sicher, mein Lieber. Und uns den Blick auf die Rotodendronbüsche nehmen. Ja, die kann man dann vom Gartenhaus aus betrachten. Ich hab keine Lust, die vom Gartenhaus aus zu betrachten. Wird es eine Tür haben? Eine Tür? Daran hast du wohl nicht gedacht. Tatsächlich, daran hab ich gar nicht gedacht. Ein Gartenhaus will er bauen. Ich hab richtig. Und vergiss die Tür. Allerdings, eine Tür wird nötig sein. Niemand erwartet, dass du an alles denkst, Lieber. Nein, aber... Eine Tür? Entschuldigung. Das wirst du doch wohl nicht glauben. Was? Dass ein Gartenhaus bauen will. Aber da steht doch schon das Fass. Ah. Was das Fass angeht. Das ist ein sehr schönes Fass. Da tut sich was. Denk dran, was ich dir gesagt hab, Stella. Ach. Das. Jawohl. Das. Ich kenne ihn. Ich beobachte ihn schon seit einiger Zeit. Wirklich, Clarissa? Ja, ich bin schließlich deine Schwester. Und ich hab Augen im Kopf. Er ist immer nett zu mir. Ja, das gehört zu seinem Plan. Du willst dir doch wohl nicht an, dass er dich liebt. Er sagt ja? Sagt er. Und es stimmt auch, scheint mir. Ja, scheint dir. Hast du dir je deine gesellschaftliche Lage klar gemacht? Eine Frau mit Geld? Ein Mann arm wie eine Kirchenmaus? Ja, was war er denn, bevor er dich geheiratet hat? Das spielt doch keine Rolle. Ja, das hat aber eine gespielt. Für ihn... Wieso? Er war Fischhändler. Hast du je von einem Fischhändler gehört, der ein Gartenhaus baut? Nun, jetzt ist er kein Fischhändler mehr. Nein, jetzt ist er Goldgräber. Aber er liebt mich. Oh, du kannst mich ganz krank machen mit deinem Gering. Selbst wenn er auf Geld aus wäre, jetzt hat er es doch. Und dich dazu. Vielleicht will er beides. Hast du je in den Spiegel gesehen? Das Problem mit der Tür ist gelöst. Na, fein, mein Lieber. Ja, ich weiß jetzt, wie ich es mache. Pass auf, ich setze sie ein auf der anderen Seite. Warum? Ja, weil sie netter aussehen wird auf der anderen Seite. Außer Sicht? Seltsam. Clarissa, die Frau, die scheint mich nicht zu mögen. Ach, Unsinn, mein Lieber. Nichts zu ändern, offenbar. Nun, es ist meine Gartenhälfte. Ich weiß, aber ich habe mir solche Mühe gegeben. Albert. Ja, Stella? Komm her. Liebst du mich? Aber ja. Siehst du, das ist das Einzige, was zählt. Clarissa wird dich auch gern haben mit der Zeit. So, das wär's. Damit können Sie einen Garten ausbauen, bis so schnell ganz weit es geht. Wo ist denn das Werkzeug? Hier. Das Beste, was es gibt. Damit wird Ihnen die Arbeit zum Vergnügen. Also lassen Sie doch mal sehen. Eine Augenweide, was? Oh, ja, ich hab recht. Und das hier sind Stecheisen. Oh, scharf, was? Wie ein Rasiermesser. Seien Sie nur vorsichtig, damit es den Finger ab wie nicht. So schnell, dass Sie es gar nicht merken. Ich hab mal einen gekannt. Ihm ist was passiert. Der hat ein Stück Holz gehalten. So, sehen Sie? So. Und während sein Kumpel es bearbeitet hat, und plötzlich sagt er, der, den ich gekannt habe, zu den anderen, hier guck mal, da auf dem Boden. Was ist denn das? Sagt der andere. Und mein Freund sagt, ein Finger? Verdammt noch mal, ja, sagt sein Kumpel. Gott weiß wie die Wand und fällt um. Darauf schaut der, den ich gekannt habe, noch mal genauer hin und sieht erst jetzt, dass es sein eigener Finger ist. Muss ja auch ein komisches Gefühl sein, oder? Den eigenen Finger auf dem Boden rumkullern zu sehen. Ich hab den Fischen immer die Köpfe abgeschnitten. Das hab ich prima gekannt. Trotzdem, Fischköpfe sind was anderes. Das hab ich aber trotzdem prima gekannt. Hab Ihnen eins draufgegeben, Sie schön in Reih und Glied gelegt und dann, ein nach dem anderen, bis sich keiner mehr gemuckst hat. Glaube ich. Und das hab ich gern getan. Köpfe abschneiden. Aber das muss man können. Glaube ich. Tja. Also, wenn Sie noch was brauchen, oder wenn ich sonst irgendwie behilflich sein kann, dann Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ja, vielen Dank, Mr. Wilken. Skalten. Ach ja, ja. Also dann, auf Wiedersehen, Mr. Quincy. Komm. Ah ja. Ja. Du strickst, du strickst. Hast du sie gesehen, Stella? Sehen? Diese Mordwappen. Ach, du meinst wohl das Werkzeug. Sieh doch nur, was er da treibt mit der Säge. Er muss doch üben. Ja. Aber wozu? Nun, er hat noch nie ein Gartenhaus gebaut. Nein. Und er denkt auch, um es Branden zu bauen. Der hat was ganz anderes vor. Der will dich... Und er hat noch nie ein Gartenhaus gebaut. Und er hat noch nie ein Gartenhaus gebaut. Warum kommst du denn nicht ein bisschen raus in den Garten? Ich tricke an einem Pfahl. Ach, das ist doch so schön warm in der Sonne. Setz dich da auf die Terrasse. Möchtest du wirklich da lieber zu? Aber das weißt du doch. Ja, dann setz dich nicht raus. Komm, ich trage dir den Stuhl. So. Ja, hier herüber, ja? Ja, hier. So. Und wir können uns sehen. Du, mich und ich dich. Hast du das gern? Ja, Stella. Ich auch. Wo ist Albers? Er ist weggegangen. Wohin? Er hat gesagt, er braucht noch ein paar Nägel. Nägel? Was war das? Ich habe nichts gehört. Ich hätte geschwimmen können. Also Nägel braucht er noch? Ja. Bist du sicher? Ja. Ich hätte nie erlauben dürfen, dass er dich heiratet. Du warst damals gerade verreist. Ich hätte nie verreisen dürfen. Ich hätte mir sagen müssen, dass sowas passieren würde. Aber es ist doch gar nichts passiert. Ich sage dir noch einmal, es tut sich was. Ich spüre es genau. Ich sehe es in seinen Augen. Weißt du, du kannst dich in meinen Stuhl setzen, wenn du willst. Ich gehe in meinen Stuhl. Blind wie ein Huhn. Gartenhaus. Wozu ein Gartenhaus. Und wozu dieses Fass. Mein Gott. Shakespeare. Richard III. Das Malvasia-Fass. Der Herzog von Clarence und das mörderische Malvasia-Fass. Clarissa! Clarissa! Was ist denn? Kein Grund zur Beunruhigung. Bestimmt nicht, Doktor? Nein, nur ein leichter Schock. Kein Wunder. Wenn so ein großer Blumentopf einmal runtergraft. Er hat dir um Haaresbreite verfehlt. Ja. Sie hat Glück gehabt. So ein Ding kann einen Menschen töten. Erinnern Sie mich nicht, Doktor. Albert meint, es muss die Katze gewesen sein. Ja, es muss die Katze gewesen sein. Ja. Katzen sind zu sowas imstande. Katzen kommen bekanntlich auf die verrückten, ist die Idee. Also denn. Recht gute Wässerung ist, finden Sie. Und passen Sie ein wenig auf in Zukunft. Setzen Sie sich bloß nicht mehr so schnell unter einen Balkon mit Blumentöpfen. Ich bringe sie hinaus, Doktor. Du glaubst doch hoffentlich nicht, es war die Katze, oder? Die muss es gewesen sein. Die kann es nicht gewesen sein. Willst du den nicht endlich begreifen? Was denn? Es war dein Stuhl. Ich habe auf deinem Stuhl gesessen. Du sitzt oft auf meinem Stuhl. Aber diesmal. Ach, begreifst du denn nicht? Dieser Blumentopf war für dich bestimmt. Aber ich bitte dich. Ja, was denn sonst? Pass doch alles zusammen. Pass doch alles zusammen. Ach, du bist Geschwänster. Es war die Katze. Die Katze. Wie kann man bloß so naiv sein? So. Das ist ein netter Mann. Sehr. Das ist der Doktor. Ach, ja. Ja, und immer so lustig. Ja, lieber. Ich mag lustige Leute. Sie bringen Leben ins Haus. Ja. Na? Wieder in Ordnung, Clarissa? Ja. Also. Dann mache ich an deinem Gartenhaus weiter. Ja, mach du nur an deinem Gartenhaus weiter. Du, vielleicht streiche ich es an. Oh, ja, das solltest du tun. Rot vielleicht, habe ich mir gedacht. Rot, rot, wäre hübsch. Feuerrot. Nein, Tomatenrot. Blutrot. Das ist doch dein Abend. Sechs Uhr morgens. Der Mann muss wahnsinnig sein. Stella. 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 Was ist denn? Stella. Ach, Clarissa, du. Hast du dich verletzt? Rühr mich nicht an. Ja, ich verstehe ein bisschen, was von Erste Hilfe. Rühr mich nicht an. Was denn? Ist was passiert? Ja, Clarissa ist ausgerutscht und die Treppe runtergefallen. Ich bin ausgerutscht. Ich bin auf das runde Dick da getreten. Ach du Liebe, sei das ja mein Senklot. Ich hätte mir gleich gedacht, dass das von hier ist. Ich habe es schon überall gesucht. Na, kann ich mir vorstellen. Es muss dir runtergefallen sein. Nicht, dass ich wüsste. Natürlich nicht. Hattest du es nicht an dich genommen, Stella? Wurde, hätte sie es an sich nehmen sollen. Nein, liebe ich. Ja, ich dachte ja nur. Na, dann denk noch mal. Ja. Ach, Mrs. Sippel hat gestern sauber gemacht. Vielleicht hat sie es gefunden und auf die Treppe gelegt. Wahrscheinlich. Warum nicht wieder die Katze? Mrs. Sippel hat bestimmt nichts damit zu tun. Woher bist du das wissen, Clarissa? Ich weiß es. Du hast ja doch nichts gebrochen. Nein. Na, dann ist ja alles gut. Meinst du? Geh nur wieder in den Garten, Albert. Ja. Ja, wie du meinst. Na schön. Ich gehe nachher ganz kurz mal weg, Stella. Ja? Ja, warum denn? Ich habe was zu erledigen. Quincey? Den Namen kenne ich doch. Die München, Sir. Der alte Quincey war sozusagen der Bau der Stadt. Eine zweifelhafte Ehre. Ja, Sir. Und was will diese Frau? Sie hat es mir nicht gesagt, Sir. Sie besteht darauf, den rankhöchsten Polizeibeamten der Station zu sprechen. Ja, dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Nein, Sir. Aha. Daher weht der Wind. Na ja, also dann rein mit ihr. Miss Quincey, Sir. Ah ja, bitte. Treten Sie mehr. Ich bin Clarissa Quincey. Freut mich. Ich bin Inspektor Liddy. Nehmen Sie Platz. Sie sind neu hier. Ja, aber... Es dürfte Ihnen sicher bekannt sein, wie viel diese Stadt meinem verstorbenen Vater zu verdanken hat. Cornelius, Quincey. Mehl und Getreide. Ja, ja, ja. Ich bin im Bild. Ich muss Sie heute bitten, Ihre Pflicht zu tun. Wir sind immer bestrebt, unsere Pflicht zu tun, Miss Quincey. Ich möchte, dass Sie einen Mord verhindern. Einen Mord? Ja. Das Leben meiner Schwester ist in Gefahr. Sie müssen unbedingt eingreifen, Inspektor. Ach, man... Man trachtet Ihrer Schwester nach dem Leben? So ist sie. Wissen Sie, wer? Ja, er. Er. Ihr Mann, natürlich. Ah, und wie heißt der Mann Ihrer Schwester? Albert Kopp. Ein Fischhändler. Das war jedenfalls, bis er Stella geheiratet hat. Jetzt privatisiert er. Das heißt, er liegt auf der frauen Haut. Sie sind sich klar darüber, Miss Quincey, dass Sie da eine sehr ernste Beschuldigung vorbringen. Natürlich bin ich mir klar darüber. Mord ist eine ernste Angelegenheit. Und deswegen sollen Sie ja auch eingreifen. Welche Hinweise oder Beweise haben Sie, dass Ihr Schwager Ihrer Schwester nach dem Leben trafstet? Haben Sie meine Schwester Stella schon mal gesehen? Nein, ich glaube nicht, dass ich bereits das Vergnügen hatte. Sie ist bemerkenswert hässlich. Sie bildet sich ein, dass er Sie liebt. Aber davon kann natürlich nicht die Rede sein. Vielmehr versucht er, Sie loszuwerden. Soll ich das so verstehen, dass er es bereits versucht hat? Oh ja, zweimal schon. Er hat einen roten Blumentopf vom Balkon heruntergeworfen, genau auf die Stelle, wo Sie normalerweise sitzt. Zum Glück ging die Sache daneben. Haben Sie ihn dabei beobachtet? Der Mann ist ein Mörder. Kein Dummkopf, Inspektor. Aha, und das zweite Mal. Sie sprachen von zwei Versuchen. Ja, da war noch die Geschichte mit dem runden Ding. Mit dem runden Ding? Ja, das ist nicht wirklich rund. Am unteren Ende läuft es spitz zu. Das war Blei oder Messing und lag auf der Treppe. Mhm. Wo er es hingelegt hatte, damit wie es auch überfällt. Haben Sie ihn dabei beobachtet? Ach, wie sollte ich. Gibt es sonst noch irgendwelche Verdachtsmomente? Ja. Da ist dieses Fass. Ein Fass? Ja, er behauptet, es sei ein Regenfass für sein Gartenhaus. Aber das Gartenhaus ist nur ein Vorwand. Aha. Und das Fass ist für ganz das Amtusdach. Kennen Sie Richard III.? Naja... Von Shakespeare. Das weiß ich, ja. Also in dem Schritt war der Herzog von Clarence. Erst erstochen und dann kopfüber in ein Fass voll Malvasia-Wein getaucht. Also verstehen Sie. Deswegen also das Fass. Sonst noch was? Sie sollen diesen Mord verhindern. Hat Mr. Kopp ihre Schwester je bedroht? Ach, dazu ist das wie zu schlau. Oder hat er oft Streit mit seiner Frau? Im Gegenteil. Die beiden sind wie die Turteltauben. Das ist... Also ich glaube widerlich. Ah, ja, ja. Gibt es irgendjemanden, der Ihre Vermutungen bestätigen könnte? Irgendwelche Zeugen? Natürlich nicht. Meine Schwester und ich leben allein. Allein mit diesem Mörder. Keine Dienstboten? Dienstboten sind Geldverschwendung. Es tut mir sehr leid, Miss Quincy, aber ich fürchte, ich kann nichts für Sie tun. Ich kann Sie nur warnen. Es ist sehr unklug, derartige Beschuldigungen ohne irgendwelche Beweise vorzubringen. Bitte meinen, Inspektor. Aber das werden Sie noch bereuen. Denn ich werde mich nun an eine höhere Stelle wenden. Das sollte Ihnen nicht viel helfen. Ich gehe zum Minister. Wie Sie wünschen. Quincy ist ein Name, der etwas gilt in diesem Land. Gewiss, gewiss. Trotzdem glaube ich, dass die Haltung, die Sie einnehmen, sehr unvernünftig ist. Ich finde, Sie sollten lieber nach Hause gehen und... Ach, wie. Sie wollen ja nur ablenken von Ihrer Faulheit und Unfähigkeit. Aber passen Sie mal ab. Das Gartenhaus ist fast fertig. Bald ist es ganz fertig. Und dann... Parker? Ja, Sir? Das war ja ein stürmisches Mädchen. Komm mal runter an. Verraten Sie mir, weiß man von irgendwelchen Geistesstörungen bei den Quincy? Offiziell ist nichts bekannt, aber ein bisschen verdreht sind Sie schon. Wie all diese erlauchten Leute. Erzählen Sie, Sargent, erzählen Sie... Von den Mädchen? Den Mädchen? Sie heißen hier nur die Mädchen, Sir. Denn der alte Quincy hat sich ihr Leben lang streng unter Verschluss gehalten. Da oben in seinem alten Kasten. War so eine Art Puritanerin, Sie verstehen, was ich meine. Aber ohne Religion und ein Geizkragen, ohne Gleichen. Jedenfalls seiner Familie gegenüber. Außerhalb ließ er schon einige springen, aber Dienstboten fürs Haus zum Beispiel kamen nicht in Frage. Und auch nicht die anderen Dinge, die man sonst so hat. Dabei hätte er die ganze Gegend hier aufkaufen können, für Schulen und so weiter, hat er immer was spendiert. Aber die Mädchen hat das so richtigen alten Jungen erzogen. Nicht, dass sie das Zeug zu was anderem gehabt hätten, aber immerhin, er hat ihnen nicht die geringste Chance gegeben. Ja, und doch hat die eine schließlich noch einen Mann gefunden. Ja, den armen Albert Kopf. Kennen Sie ihn? Hatte einen kleinen Fischladen, bis Stella Quincy ein Auge auf ihn warf und ihn sich angelte. Ach, Ihre Schwester, glaube ich, sieht es umgekehrt. Da können Sie hier jeden fragen, er war ein stiller, bescheidener Mann und ganz zufrieden mit seinem Leben. Bis sie ihn sich geangelt hat, wie eine von seinen Fischen. Aha. Sie würden ihn nicht für einen Mann halten, der einen Mord an seiner Frau begehen könnte? Kopf, der? Oh, du lieber Himmel, nein, Sir. Parker, wo müsste ich hingehen, wenn ich ein Fass kaufen wollte? Ein Fass? Ein Fass, ja. Tja, das ist ja endlich nur Skelten, der alles hat. Am Ende der Hauptstraße, gar nicht zu verfehlen. Aber wenn Sie mit Skelten selbst reden wollen, gehen Sie besser in den silbernen Kessel. Das ist die Kneipe... Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ach so. Ja, das Erste, was ein Polizeimann in einem neuen Ort ausfindig machen muss, das ist die Lage der Kneipen. Darf ich denn jetzt die Augen aufmachen? Einen Moment noch, Stella. Ist es wirklich so schön geworden? Ich glaube schon. Ich kann es gar nicht erwarten, beeil dich, lieber. Ja, jetzt darfst du. Oh, Albert. Na? Ja, das ist ja wunderschön. Ja? Nicht übel, nicht? Wie toll, toll und die lustigen Farben. Das macht alles gleich wie freundlich, Herr Ring. Oh, ja. Clarissa! Clarissa! Ja? Was ist denn... Ja, guck doch mal. Ach. Ist das fertig? Jawohl. Ist es nicht hübsch geworden? Du weißt, was ich davon halte. Aber Clarissa, die lustigen Farben. Und die Fenster. Und die hübsche kleine Tür. Ja, und das Fass. Ja, das sehe ich. Das ist ein prima Fass. Ich finde, es passt prächtig dazu. Was ist denn drin? Nichts? Nichts? Ja, noch ist nichts drin. Macht auch Regen. So. Es kann sein, dass wir heute welchen kriegen. Wir wollen es hoffen, lieber. Halt mir die Daumen. Wir brauchen keinen Regen. Albert schon. Ja, das weiß ich. Du willst, dass dein großes Fass sich endlich füllt, nicht wahr? Ja, Stella. Und die kleinen Stufen, sind die nicht reizend? Wozu soll die denn sein? Ach, damit man hinaufsteigen kann zum Fass. Und wozu willst du hinaufsteigen? Ach, wer weißt du denn? Um Wasser zu schöpfen, vielleicht. Darf ich mal hineinschauen? Ja, so ein bisschen hochführt dich. Ach, Unsinn. Das ist schön. Aber bitte seid vorsichtig, ja? Seid sehr vorsichtig. So. Ja. Oh, ist das tief. Oh, oh. Nein, nein, nein. Oh, nichts passiert. Aber ich komme doch wohl besser runter. Das meine ich auch, ja. So ist es wahr. Danke, mein Lieber. Möchtest du mich auch mal hineinsehen, Clarissa? Nein. Ich will mit dem verdammten Ding nichts zu tun haben. Das ist scheußlich. Der Garten ist völlig verschandelt. Und du bist eine dumme Gans, Stella, dass du das alles duldest. Ich glaube, jetzt kann sie mich noch weniger leiden. Ach, das wird alles noch werden. Du wirst schon sehen, mein Lieber. Wird alles noch werden. Es ist jedenfalls ein wunderschönes Gartenhäuschen. Sie kann sagen, was sie will. Ich möchte nur wissen, ob es heute Abend regnen wird. Oh, ganz bestimmt. Es wäre schön, ob es heute Abend noch regnen würde. Ja. Ja, wirklich. Das wäre schön. Aber sonst könntest du ja auch den Schlauch nehmen, um das Fass zu füllen. Das wäre doch nicht dasselbe. Trotzdem, wenn Not am Mann ist. Aber vielleicht wird es auch regnen. Mach dir nur keine Gedanken, mein Lieber. Es wird schon alles werden. Zu drückend heute Abend. Findest du nicht aus, Stella? Ja, Herr Albert. Dann regnen es vielleicht doch noch. Ja, ich habe das Gefühl, es gibt ein Gewitter. Ja, Gewitter. Das wäre ausgezeichnet. Gewitter bringt viel Wasser. Aber voll wird es nicht davon. Dein Fass. Na ja, es ist ja auch ein sehr großes Fass. Im Übrigen wird es nicht regnen heute Abend. Clarissa. Ich hoffe, es wird nie mehr regnen. Nie mehr. Aber es liegt ein Gewitter in der Luft. Ich hoffe, das Fass steht strohtrocken draußen. Bis es springt. Nach all der Mühe, die sich Albert gegeben hat. Wie kannst du so gehässig sein? Oh, Stella. Stella, es regnet. Es regnet. Es regnet. Es regnet wie auf Bestellung. Jetzt wird das Fass endlich voll. Albert. Ja, Stella? Albert, bevor wir geheiratet haben, bist du doch abends oft noch ein Gläschen trinken gegangen. Ja, ja, das stimmt. Heute bist du doch fertig geworden. Ich habe mir gerade überlegt, ob du nicht Lust hättest, ein bisschen zu feiern. Na ja, ich lasse dich nicht gerne allein. Oh, das ist sehr aufmerksam von dir. Aber du weißt doch, es macht mir wirklich nichts aus. Ich würde mich nur freuen. Ja, und jetzt gießt es richtig. Ach, das bisschen Regen. Was kann das einem Mann anhaben, der gerade ein Gartenhaus gebaut hat? Und du hast doch einen neuen Gummimantel. Und feste Gummischuhe. Also, ich finde wirklich, du solltest gehen. Es würde dir bestimmt gut tun. Na ja. Ja, das ist schön. Also, dann ab mit dir. Aber pack dich fest ein. Hm, na ja. Ach, komm, es macht dir bestimmt nichts aus. Aber nein. Was willst du denn tun? Och, ich stricke das hier noch zu Ende und dann gehe ich früh zu Bett. Wirst du dich nicht einsam fühlen? Ach, Dummchen. Natürlich werde ich mich einsam fühlen, aber ich werde es schon überleben. Also, ich bleibe nicht lang. Lass dir nur Zeit. Adieu, mein Lieber. Tja. Also dann. Adieu. Richtig, Jens Frächter. In erster Linie hat ihn die Größen interessiert. Aha, ein großes Wasser. Das Größte. Ja, wenn er doch weitergeht. Es liegt doch nichts vor gegen diesen Kopf. Och, nein, 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 das nicht, aber... Ja, muss ich doch oben in diesem Schloss ja vorkommen wie in Abraham Schoß. Dort haben sie doch Zast an die Heu. Ja, alte Klinsch. Ein etwas sonderbarer Heiliger war der schon, aber für Geld hatte der einen Riecher. Trillionen und Geschäfte hielt er stets fein säuberlich auseinander. Also durfte es Mr. Kopp ja an nichts fehlen. Oh, so wurde Polsters weiß ich ja kein Weit und Breit. Ja, das ist ja so was. Na, Mr. Quincy. Ach, Kopp ist mein Name. Albert Kopp. Ja, ja. Wahres Bratwetter für Ihr Pass. Ach, natürlich. Sie sind doch Mr. Belton. Sie sind gelten. Richtig, richtig. Jetzt entzinn ich mich wieder. Sie haben ja dieses Fass verkauft. Ich habe schon. Absolut erstklassig. Guten Abend. Guten Abend. Das ist Inspektor Lillie. Freut mich sehr, Inspektor. Das wird man nicht jeden Tag. Was bringen Sie? Ja, Mr. Kopp? Ja, ich hoffe. Na, nein. Erlauben Sie mir das? Da kommen gar nicht in Frage. Nach der Reklame, die Sie gerade für mich gemacht haben. Also, was darf sein? Ja, dann. Sherry, bitte. Und Sie nochmal das gleiche, Inspektor? Ja, gut, dann will ich mich mal darum kümmern. Ja, ich... Ich wüsste, ich habe Sie gestört. Aber nein. Habe ich richtig gehört? Sie haben von Mr. Skelton einen Pass gebaut? Mhm. Für mein selbstgebastendes Gartenhaus. Was? Sie haben sich ein Gartenhaus gebaut? Ja, ja. Und das ist sehr hübsch geworden. Aha. Vielen Dank, Mr.... Skelton. Ja, ja, Skelton. Ja, ja. Ja. Na, dann trinken wir mal auf Ihr Werk. Mr. Kopp hat sich ein Gartenhaus gebaut. Ist also gut gegangen. Ja, heute fertig geworden. Gratuliere. Tja. Darauf müssen wir trinken. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Groß. Schade, dass Sie so schlechtes Wetter bekommen haben für die Einweihung. Aber nein, im Gegenteil. Das Einzige, was noch gefehlt hat, war der Regen. Wieso? Ja, um das Fass zu füllen. Ein Fass ist doch kein Regenfass, wie es nicht voll Regenwasser ist. Das ist wahr. Also haben wir gutes Wetter heute Abend. Gutes Regenfasswetter, sozusagen. Genau. Warum haben Sie sich das fast gekauft? Das hat mir gefallen. Gleich, als ich es gesehen habe, da habe ich mir gesagt, das und kein anderes. Und warum? Nur, weil es so schön groß ist. Sie haben eine Schwäche für große Fässer. Ich finde große Fässer eben schön. Große Fässer und Weiber. Sehr gut. Ich finde große Fässer auch schön. Aber voll müssen sie sein und nicht unbedingt voll Wasser. Sie sitzen schon wieder trocken. Was? Kompliment, Inspektor. Sie haben ein scharfes Auge. Nein, 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 jetzt bin ich an der Reihe. Nein, verzeihen Sie. Ich habe nicht oft das Vergnügen, einen Baumeister zu einem Brinkern zu laden. Bringen Sie uns noch eine Runde, jedem das Gleiche. Und noch eine dazu, ich bestehe darauf. Ein Gartenhaus baut man ja schließlich nicht alle Tage. Sie sind mächtig stolz auf Ihr Werk. Ja, und ob. Ich nehme deshalb auch eine Flasche Sekt mit nach Hause. Wir dachten, es wäre nett, das Werk zu begießen. Wir? Ja, meine Frau und ich. Ach, natürlich. Kellner? Unser Freund, der möchte noch eine Flasche Sekt. Ja, so ist es. Irgendeine bestimmte Marke? Nein, nein, der, aber den besten, den Sie haben. Nur keine falsche Sparsamkeit heute. Na, ganz recht. Ja, als ich meinen Laden noch hatte. Ich habe Mr. Felton schon davon erzählt. Felton? Ja, 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 richtig. Also, damals, da war ich immer schon beim ersten Harnschrei auf den Beinen, um sauber zu machen, um die Fische herzurechten. Oh, nein. Das ist das Gewitter. Da kann ich nur sagen, Gläser festhalten. Ja. Da kann ich nur sagen, Gläser festhalten, um die Fische herzurechten zu machen. Stella! Stella! Wo steckst du denn? Gläser? Ist da jemand? Mein Gott. Du hast sie ertränkt. Was? Stella! 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 Warum schreitst du denn so, du blöde Ziege? Ah! Na, endlich wieder Licht. Na, Gott sei Dank. Gott, ich trinke mich gerne im Dunkeln. Seit ich von dem Mann gehört habe, der bei so einer Gelegenheit eine Maus verschluckt hat... Oh, oh, oh. Hören Sie ihm nicht, Kopf? Oh, oh. Die reine Wahl ist, ich schwere es. Oh. Natürlich, nicht jeder nimmt das Maul so voll. Den Maul. Er war Polizist. Polizistengruß. Aber jedenfalls zeigt die Geschichte Vorsicht, das Besseres macht. Und die Maus soll ja noch geliebt sein. Oh Gott, grauenvoll. Sie hat ein großes Gesicht. Ja. Also, jetzt muss ich langsam nach Hause. War es schon? Ist ja noch so früh am Tag. Ja, es war mir jedenfalls ein großes Vergnügen. Du kannst auf unserer Seite, ganz auf unserer Seite. Aber ich muss jetzt wirklich gehen. Sie müssen mich mal besuchen. Mein Gaststum ist wichtig. Und das passt. Das ist eine Einladung. Eine offizielle Einladung. Ich lade Sie ein. Sehr nett. Dann kommen Sie also. Ich auch, ich auch. Na, also dann. Wiedersehen. Vergessen Sie Ihren Sekt nicht. Ach, oben im Himmel. Ja, das bin ich. Ein Anruf für Sie. Mrs. Kopp ist am Anfang. Ja, da muss ich aber. Entschuldigen Sie, meine Herren. Da geht er hin. Ein braver Mann. Sie sterben aus, die braven Männer. Eben, sagen Sie das. Und was Besseres kommt nicht nach. Aspektor. Das war meine Frau. Ein entsetzliches Unglückesgeschehen. Ich darf doch weiter strecken, Inspektor, nicht wahr? Aber ja, aber ja. Das beruhigt Sie. Das muss ja schrecklich für Sie gewesen sein. Als die Lichter ausgingen, muss sie im Haus rumgeirrt und dann rausgelaufen sein. Verstehen Sie, sie hat ja in letzter Zeit immer und immer wieder von diesem Fass gesprochen. Sie war, ja, sie war wie besessen davon. Schienen Sie magisch anzuziehen. Und diese, diese Stufen, die waren so rutschig. Das stimmt doch, Albert. Ja, Stella. Durch den Regen. Ich habe den Schrei gehört und, und dann das furchtbare Platschen. Ich bin rausgelaufen so schnell ich konnte, aber ich, ich konnte sie nicht mehr retten. Das Fass war so tief. Ja, ja, ich weiß. Du sollst dich nicht so aufregen, Stella. Und dann haben Sie gleich Ihren Mann angerufen. Ja. Nun, das wäre dann wohl alles im Augenblick. Wird es eine gerichtliche Untersuchung geben? Ja, doch eine reine Formalität natürlich. Ich sollte Ihnen vielleicht doch noch erzählen, Ihre Schwester ist zu mir gekommen vor einigen Tagen. Mit gewissen Verdächtigungen. Anscheinend sind Sie Ihren Mann nicht sehr zu mögen, Mrs. Kopp. Na ja, wie das eben manchmal so ist. Also, um nicht lange drum herum zu reden, Sie hat es Ihnen in den Kopf gesetzt, dass Ihr Mann Sie, Mrs. Kopp, ermorden wolle. Was? Ich? Dich? Ermorden? Ach, es ging Ihnen nicht sehr gut in letzter Zeit. Sie litt an Schlaflosigkeit. Ich weiß nicht, ob Sie Ihren Verdacht auch anderen gegenüber geäußert hat. Ich hoffe nicht. Klatsch, diese Art ist ziemlich unerfreulich. Aber so wie die Dinge liegen, ist es natürlich ein glücklicher Zufall, dass Mr. Kopp den Abend in meiner Gesellschaft verbracht hat. Ja, Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie ihr geglaubt haben. Natürlich nicht, aber ein perfektes Alibi ist doch nützlich in so einem Fall, nicht? Ja, und das haben Sie, Mr. Kopp. Es könnte nicht besser sein. Als ob Sie alles so arrangiert hätten. Selbst wenn die Tote also irgendwelche dummen Gerüchte ausgestreut haben sollte. Für Gerede gibt es eigentlich keinen Grund. Vielleicht, vielleicht verreisen wir eine Zeit lang. Das wäre sicher eine gute Idee, Mrs. Kopp. Ja, irgendwo hin in den Süden, nicht wahr, Liebster? Ja, sehr nett. Mein Mann hat so schwer gearbeitet in letzter Zeit an diesem Gartenhaus. Ja, das glaube ich. Es ist aber auch wirklich sehr schön geworden, Mr. Kopp. Ja? Ja, dann darf ich mich jetzt da verschieben. Sie waren sehr freundlich, Inspektor. Aber ich bitte Sie, es war mir ein großes Vergnügen, Sie kennenzulernen, Mrs. Kopp. Leider unter so traurigen Umständen. Leben Sie wohl, Inspektor? Und nochmals vielen Dank. Ja, also, also, da, Inspektor. Ja, also, da, Inspektor. Ein reizender Mensch. Ja? Komisch. Wer hätte das gedacht, dass ein Polizist so nett sein kann, wenn er zu einem kommt, ins Haus, meine ich. Auf der Straße ist das ganz was anderes, wenn er den Verkehr regelt oder dir den Weg erklärt. Aber im eigenen Haus? Komisch. Findest du nicht, lieber? Na, ich habe nie darüber nachgedacht. Nun, wir hatten auch noch nie einen Polizisten im Haus, Vater hätte sich das schwer verbieten. Du hast mir nie viel erzählt von deinem Vater. Ich habe ihn gehasst. Er hat sich immer nur um Clarissa gekümmert. Oh, wir werden eine schöne Reise machen, Albert, ja? Irgendwohin, wo es warm ist und wo es keinem Regen gibt. Dass ganz aufgericht der Regen ist, ist es, ne? Ja. Stella? Ja? Da liegt ja der Gartenschlauch. Irgendwohin hat mit dem Schlauchfest was gefehlt. Ich wollte dich überraschen. Ich dachte, wenn du nach Hause kommst und das Fast voll ist, dann freust du dich. Okay. Und wie ich mich gefreut habe. Aber du hast den Schlauch nicht gelehrt und aufgerollt, dass ich es dir unbedingt tun soll. Ich habe es versucht. Das macht nichts. Ich tue es für dich. Danke, lieber. Ach, das ist doch so gut, einen Mann im Haus zu haben, der sich auskennt mit solchen Sachen. Weißt du, als Frau fühlt man sich immer so schwach und hilflos. Vielleicht ist es besser, nichts davon zu sagen, wenn bei der Untersuchung immer ich. Ich könnte missverstanden werden. Ja, ja, da hast du recht, lieber. Weißt du, Stella, noch so ein Gartenhäuschen? Das wäre vielleicht gar nicht so übel. Da drüben, auf der anderen Seite. Ja, das wäre bestimmt allerliebst. Ja, das würde harmonischer aussehen. Das würde irgendwie das Gleichgewicht wiederherstellen. Ich hatte vorher schon daran gedacht, aber naja. Nun, jetzt gehört uns ja der ganze Garten. Ich könnte das zweite Gelb streiten. Oh, Gelb, Gelb ist doch meine Lieblingsfarbe. Aber dann würde ich natürlich noch ein zweites Fass brauchen. Aber wo bekomme ich sowas her? Ein Fass, das so groß ist wie dieses. Aber so groß müsste es vielleicht gar nicht sein. Oder? Hm, nun.